Hallo Leute, Willkommen zu diesem neuen Video. Leider habe ich Corona bekommen und deswegen mache ich gerade dieses Video. Viel Spaß! Als erstes haben wir uns ein Mietauto gemietet. Als erstes sind wir nach Rauders Stadt gefahren. Und dann haben wir uns ein Boot gemietet. Und darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020